So und weiter geht's mit F1 2006, die zweite Saison, habe Bock, äh weniger, weil jetzt kommt auch noch Silverstone, hab ich gar keinen Bock drauf, aber gut, ab geht's ins Rennen, Rennen, mal nennen. So und let's go, so ehrlich, ich auch länger seit der letzten Aufnahme, ja, deswegen ich erstmal gucke, wie ich hier reinkomme, ach, dann hab ich schon wieder Angst um die Karre. Auf geht's. So, starte bis auf die 14 Folter Physico. So, okay. Jetzt in Rhein, oh, dann macht unser Teamkollegen nochmal zu, hat Rosberg, die ich noch zwei Positionen verloren, drei Positionen. Fuck auf, Alter. Wie du jetzt? Es kann nicht wahr sein, es kann einfach nicht wahr sein. Ja, war ein kurzer Part. Oh Mann, ey, es kann nicht wahr sein. Naja, dann sehen wir uns bei Kanada wieder. Ja, dann sehen wir uns bei Kanada wieder.